willkommen zu meinem review video über den battery vacuum cleaner von isora einem leistungsstarken und vielseitigen staubsauger den du auf amazon finden kannst in diesem video werde ich dir alle wichtigen informationen über dieses produkt geben damit du eine fundierte entscheidung treffen kannst außerdem werde ich dir zeigen warum dieser staubsauger eine großartige investition für dich sein könnte lass uns direkt mit den beeindruckenden merkmalen dieses staubsaugers beginnen mit einer saugkraft von 20 kph und einer laufzeit von 40 minuten ist der battery vacuum cleaner perfekt für den einsatz mit nur einer hand der staubsauger wiegt nur 1,8 kilogramm und ist daher leicht zu handhaben dank des fortschrittlichen 175 watt bürstenlose motors mit 37000 ummin erzeugt dieser staubsauger eine starke saugkraft von 20.000 pa im max modus mit dem eingebauten sechs zellen akku mit 2200 milliampere stunden bietet er bis zu 40 minuten laufzeit für eine gründliche reinigung im standard modus du kannst zwischen zwei saugmodi wählen die perfekt für verschiedene situationen geeignet sind der battery vacuum cleaner ist ein 6 in 1 hand staubsauger und boden staubsauger er wird mit drei verschiedenen bürsten geliefert die in sechs kombinationen für vielseitige reinigungszwecke einfach zusammengesetzt werden können du kannst ihn als hand staubsauger verwenden der ideal für sofas autos tastaturen und räume ist der boden staubsauger eignet sich hervorragend für die reinigung großer böden und teppiche in wohnzimmern küchen schlafzimmern und anderen bereichen mit dem ausziehbaren metallrohr von 80 bis 105 cm kannst du die höhe bequem anpassen ein weiteres großartiges merkmal dieses staubsaugers ist das fünf stufige filtersystem und der waschbare filter der battery vacuum planer ist mit einem vollständig abgedichteten zyklon filter system ausgestattet das 99 99 prozent der großen partikel und mikro staub einfängt der 0 8 liter staubbehälter kann schnell entleert werden beachte jedoch dass der staubbehälter die filter matten und die filter mit wasser gewaschen werden können aber bitte warte bis sie vollständig getrocknet sind bevor du sie wieder einbaust um sicherzustellen dass kein wasser in den motor gelangt der battery vacuum planer verfügt über ein v-förmiges walzendesign und vier led leuchten mit den vier led leuchten und dem um 180 grad nach links und rechts sowie um 90 grad nach oben und unten drehbaren bürsten kopf kannst du problemlos den boden unter dem bett und dem tisch erreichen und den staub entfernen der motorisierte bürsten kopf hat eine v-förmige walzen konstruktion von 24 x 10 cm die das verheddern von haaren reduziert jetzt kommen wir zu den bewertungen von zufriedenen nutzern andreas h aus deutschland gibt dem battery vacuum planer eine bewertung von fünf sternen und sagt der sauger ist sehr kompakt und sehr leise sammelt mit der rotierenden bürste alle hundehaare ohne probleme ein top produkt für haustierbesitzer sauger ist zudem sehr leicht auch andere nutzer sind von der handhabung und der saugleistung des staubsaugers beeindruckt es gibt jedoch auch einige kritiken ein nutzer namens faruk gibt dem staubsauger eine bewertung von drei sternen und sagt dass er zu laut ist es ist wichtig alle aspekte des produkts zu berücksichtigen um eine fundierte entscheidung zu treffen zusammenfassend lässt sich sagen dass der betere vacuum planer von jizora ein leistungsstarker und vielseitiger staubsauger ist der perfekt für den einsatz im haushalt geeignet ist mit seiner starken saugkraft der langen laufzeit und den vielseitigen reinigungsoptionen bietet er eine großartige reinigungserfahrung die positiven bewertungen von zufriedenen nutzern bestätigen die qualität dieses produkts wenn du nach einem staubsauger suchst der effektiv und benutzerfreundlich ist dann ist der betere vacuum planer definitiv eine überlegung wert klicke auf den link in der video beschreibung um das produkt auf amazon zu kaufen und unterstütze mich dabei weitere hochwertige inhalte zu produzieren vergiss nicht dass der betere vacuum planer von jizora eine 24 monatige kundenservice und technische unterstützung bietet um sicherzustellen dass du mit deinem kauf zufrieden bist vielen dank dass du dir mein review video angesehen hast wenn dir das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben und ein abonnement meines kanals freuen lass mich auch gerne in den kommentaren wissen welche erfahrungen du mit dem betere vacuum planer gemacht hast bis zum nächsten mal und viel spaß beim staubsaugen bis zum nächsten mal